BMW X1 Autotest Autor Diesel Zank Kenzi Video Dem Autor wurde der neue BMW X1 zur Verfügung gestellt und hier seine Eindrücke. Man startete bei BMW mit dem fair unbekanntes Zeichen Kauf seines neuen XL und erweiterte unbekanntes Zeichen mit seiner X-Reihe um ein viertes mit unbekanntes Zeichenglied nach X3, X5 und X6. Erstens in München versteht man den Neuling der Nomen unbekanntes Zeichen Klartur entsprechend als kompakt sov unterhalb des X3, wobei der XL mit ein unbekanntes Zeichen Näherlänge von 4,54 Meter und einem Kofferraumvolumen von 420 Liter dem X3 aber sehr nahe kommt, 4,57 Meter lang, 480 Liter Volumen. Im Gegensatz zum X3 ist der X1 aber flacher, 1,55 Meter hoch statt 1,68, das gibt ihm ein wenig das Erscheinungsbild eines höher gelegten Kombi, während der X3 eindeutig ein SUV ist. Der End unbekanntes Zeichen scheidende Unterschied ist jedoch die Möglichkeit, den XL nur mit Hinterrad unbekanntes Zeichen Antrieb auszustatten und auf den Allrad unbekanntes Zeichen Antrieb der durch das kleine X, SIM unbekanntes Zeichen bolisiert wird zu verzichten. Es wird drei hinterradgetriebene Varianten geben, der Zdrevel 8i ist vom früh unbekanntes Zeichenjahr 2010 an die günstigste Möglichkeit, einen XBMW zu fahren, er kostet dann 27.200 Euro. Das Dieselpendant dazu ist der Zdrevel 8d, der auch mit 4x4 an unbekanntes Zeichentrieb zu haben ist. Diese beiden Modelle kommen im Dezember auf den Markt. Für das Benziner Basismodell liegen noch keine endgültigen Verbrauchstar unbekanntes Zeichentrain vor. Der 18d mit 4x2 an Triebine unbekanntes Zeichen teakt nach der Norm nur 5,2 Liter auf 100 Kilometer, mit Allrad ist es ein halberli unbekanntes Zeichentherr mehr. Der Vierzylinder-Motor hat endunbekanntes Zeichen gegen der Typenbezeichnung 2 Liter Hubraum und leistet 105 Kilowatt, 143 PS. Das Drehmoment von 320 Newtonmeter sorgt für einen entsprechend kraftvollen Antritt, alle Preise siehe Kasten. Direkt zum Marktstart kann BMW drei verschiedene Motoren bieten, zwei weitere Diesel, jeweils mit Turbolader und Kamenrail-Technik, und als Top-Modell den Xtreve 28i. 3 Liter Hubraum verteilen sich hier auf 6 Zylinder in Reihe. Die Leistung beträgt 190 Kilowatt, 258 PS. Das maximale Dreh unbekanntes Zeichenmoment liegt bei 310 Newtonmetern. Der Normfair unbekanntes Zeichenbrauch beläuft sich auf 9,4 Liter Superbenzin. Alle Motoren erfüllen 5 Euro und sind auf höchste Kraftstoffeffizienz getrimmt. Fahrzeuge mit Schaltgetriebe haben eine Start-Stop-Automatik. Stärkster Diesel ist der Xtreve 23D. Zwei Turbolader machen bei 2 Liter Hubraum aus vier Zylindern 150 Kilowatt, 204 PS, möglich. Mit seinem Maxima unbekanntes Zeichen. Liendrehmoment von 400 Newtonmetern stellt er den großen Benziner deutlich in den Schatten. Das gilt auch für den Normfair unbekanntes Zeichenbrauch, 6,3 Liter. Beide Top-Motoren sind mit einer 6-Gang-Automatik G unbekanntes Zeichenpart. Nur mit einem Turbolader, Xtreve unbekanntes Zeichen 20D, kommt der Motor auf 130 Kilowatt, 177 PS, und einen Verbrauchswert von 5,8 Liter, als Xtreve 20D ist es wiederum ein halber Liter weniger. Bei BMW wird der unbekanntes Zeichen wartet, dass dieser Motor am häufigsten nachgefragt werden wird. Der Abschlag für die nicht angetriebene Vorderachse beträgt exakt 2000 Euro. Wenn BMW auch keine formellen Experimente mit dem XL macht, hat er gegenüber seinem etwas größeren Bruder X3 zumindest den Vorteil, einer Kohn unbekanntes Zeichenplatt neue Entwicklung zu sein. 6 Jahre Vorsprung hinsichtlich Fahrwerks- und bekanntes Zeichentechnik und Karosserie-Struktur machen ihn bei fast gleichem Raumangebot bis zur Neuauflage des X3 Ende nächsten Jahres doppelt interessant. Die Preise für den BMW X1 Euro X1 Streve 18i 110 Kilowatt Schrägstrich 150 PS 27.200 X1 Streve 18 D 105 Kilowatt Schrägstrich 143 PS 29.550 X1 Streve 20 D 130 Kilowatt Schrägstrich 143 PS 31.550 X1 Streve 20 D 130 Kilowatt Schrägstrich 177 PS 32.400 X1 Streve 20 D 130 Kilowatt Schrägstrich 177 PS 34.400 X1 Streve 23 D 150 Kilowatt Schrägstrich 204 P5 38.800 X1 Streve 28i 190 Kilowatt Schrägstrich 258 PS 41.500 Im Innenraum geht es BMW-Like zu, die Rückbank kann dreigeteilt umgelegt werden, 40-20-40, es entsteht ein nahe unbekanntes Zeichen zu ebner Laderaumboden von knapp 1,80 Meter Länge, das Ladier Volumen B unbekanntes Zeichen trägt dann 1350 Liter. Verschieben lässt sich die Rückbank nicht, aber die Lehne um bis zu 30 Grad neigen. Stellt man sie senkrecht, wächst das Kofferraum wohl unbekanntes Zeichen Min auf 490 Liter. Trotz guter Ausstattung, unter ande unbekanntes Zeichen Rehmfront und Seiten Airbags vorn, Chorunbekanntes Zeichen Teinkopf Airbags für vorn und hinten, Tagfahrlicht, lässt BMW wie gewohnt dem Kunden reichlich Möglichkeiten, noch mehr Geld auszugeben. Wie schreibt BMW so schön, beste voraus unbekanntes Zeichensetzungen für ein individuell abgestimm unbekanntes Zeichen Teesambiente schaffen. Sportsitze, Sitzheizung, Klimaautomatik Sportsitze, Sitzheizung, Klimaautomatik Du quasi st wp- auf das Sportitze, Sitzheizung, Klimaautomatik Das Bra yyumberj.tt Vielen Dank.